Willkommen zurück zur achten Aufgabe der dritten Kampagne, somit auch die letzte Aufgabe der dritten Kampagne. Das Auto muss in den Tierbereich A und 50 Zombies sollten sterben, aber es sind eigentlich 60, wir wollen ja alles mitnehmen. Es ist eigentlich nur eine einfache Brücke geworden. Bis auf, dass ich hier hinten so ein bisschen gecheatet habe, damit die Brücke einen Schwachpunkt hat. Erstmal einfach laufen, meine, sie ist ja sowieso sehr instabil. War das bei der Sinn dabei, damit die zusammenbricht. Ich habe eigentlich gehofft, dass die Zombies hier einfach alle reinfallen, aber ich glaube, die Brücke, ja, die bricht einfach zusammen. Ich habe 7393 Material verbraucht. Wie viel braucht ihr? Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.